So, Willkommen zu Speedoom Level 6 Gamma Labs. Die Labs brauchen wohl eine Gamma Korrektur. Habe ich auch Gamma Labs. Guckst du hier, Gamma, bin ich gerade für eins. Okay. Oh, Gefahr gewandt. Gamma Speichern. Okay. Was geht hier ab? Was ist der Sinn des Lebens? Oh. Hier geht der gleich ab. Was? Scheiß women, man. I hate you. Ah, fuck. Okay. Okay. Kann es sein, dass ich hier einfach die ganze Scheiße aufnehme und ich alles verschwende? Na. Zum Glück habe ich mich vorher nicht umgeschaut, sonst würde ich jetzt, dass ich alles verschwendet hätte. Habe. Aua, du Hure. Wo kommst du denn her? Scheiße, das haben wir im letzten Level doch vergessen, die Überrüstung mitzunehmen. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Es gibt so manche Sachen, die erinnern sich halt nie. So, aber es ist da oben, so wie es zugekommen, meiner. Das ist etwas. Überall ist das etwas. So, wo geht das weiter? Hier drehen wir uns im Kratzer, gut jo. Aber da brauchen wir einen blauen, roten Schlüssel. Da haben wir einen blauen Schlüssel. Den kommen wir auch nirgends noch weiter. Hier gibt es die dritte noch eine Tür. Hier machen wir ein blaues. Ach, hier war noch was normales. Okay. Klappe. Ist das sowas von eine Falle schon wieder? Ah! Boah, Alter. Oh, was geht denn hier los? Warum kann ich hier nicht einfach eine Handkarte reinwerfen? Oder kann ich? Nein, kann ich nicht. Leck mich. Gut. Würde hier locker durchpassen. Naja, da weiß er schon. Achso, gleich hier. Wow. Wow. Boah. Ich hab mir noch... Ich hab ne Autoschock gerolle, ich guck dir ja. Wieso helf ich denn nicht? Hallo? Ähm... Guck mal! Halt! Guck mal. Halt! Let'srent es. Das ist Claudia. Wir lassen sie erstmal so, wie sie sind. Interessieren uns gerade nicht. Gut, weiter mit dem Text. Hier war ein Schalter. WTF? Das Level ist hier echt ganz schön die Zeit gehalten. Okay. Wow. Das ist ein Secret. Achso. Achte, ich habe gerade schon eine Tür oder sowas, aber es ist bloß hier. Lightning-Mapping ist verschoben. Es könnte trotzdem eine Tür sein. Ne, das geht nicht. Das war dein Gesicht. Gut, die Frage, jetzt kommen wir gleich rüber. Na gut, das ist ein Wunder zu dir. Ach du Kacke. Alter, wieso? Digger, ich würde dir dein Lichtfeld sein. Gibt es ja mal, wo man nicht in dem Lichtfeld ist. So zum Beispiel. Danke. Meine Fresse. So. Aber jetzt, das brauche ich noch nicht. Ich will lieber da hoch. Jawoll. Achso, ich bin voll. Wow. Das hat er dafür gemacht. Ach nein. Bitte, geht zu. Geht nicht zu. Ich habe so übernimmt. Braucht doch keiner. Wer findet denn so Scheiß? Ich habe immer noch keine Schlüsselkarte. Ich habe immer noch keine Schlüsselkarte. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 4. 4. 5. 5. 10. 5. 6. Da komm! Da ist ja noch einer! Das hat die alle nicht genug bekommen! Jungen, ich hab dich voll abgeschossen. Warum schluchst du nicht einfach? So wie jeder andere normale Mensch auch. Wo geht's denn da lang? Wie kommt von... Von da kommen wir... Ach Gott! Das ist das hier! Eine Labyrinth! Gut, okay. Wir haben eine blaue Schlüsselkarte, die können wir erstmal so weit an sich nicht viel anfangen. Oder? Doch, blau! Hier ist der Klaus! Woah! Ah, fucking... Woah! Was? Was war das? Ich hab meine Kopfhörer falsch rum auf! Ich... 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 Bitte was? Du kannst ja mich treffen, Alter. Oha. So, okay. Was ist das jetzt? Oh, so, ich gehe an dich. Oh, ich gehe an. Oh. Oh. Achso, wau, du könntest du noch nicht? Wau, ich hab... Wau. Ja, das war schon blöd. Ach, ich hab jetzt mal in Thaline. Ah, jetzt sind diese Kackwöbeln jetzt hier. Kannst du mal stillbleiben? Ach, geschwitzt. Hallo? Boah, ist da noch einer. Wie viele sind denn da schon wieder? Ist ja schlimm. Ich hab ihn. Fuck you. Woah. Fuck of me. Ich hab ein bisschen Boni, schadet nie. So. Okay. Okay. Da komm ich nur leider nicht hoch. Achso, hier komm ich hoch. Gutschen. Wie viel haben wir? Was haben wir? Wir haben... Nein. Na ja, noch 40 Blühner vor uns. Äh. 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 Was ist das mit dem Kommen? Oh, wow. Oh, das ist ein Kacko. 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 So. Oh, ja. Wie habt ihr alle ins Video? Oh, ja. Oh, das ist ein Kacko. Oh, das ist ein Kacko. Oh, okay. Oh Alter, ich seh die einfach nicht. Na komm, kommt da. Wow. Wow. So Caramba. So, gibt es hier ein paar Sekunden. Ein paar Geheimnisse. Schade eigentlich. Gut, dann versuchen wir jetzt mal rauszukommen. Mal gucken, was da noch so gespawnt ist. Oder ist er nicht gespawnt? Ist er hier rausgekommen? Okay. Wow. Ach du Scheiße. Ja, ist ja auch Scheiße hier. Ach Gott. Oh Mann ey. Mach ich mal lieber mit... Ach so. Ach so, halt. Der Fluss, der... Jawoll. Oh Alter, er hat jetzt... Und jetzt runter, oder? Ich drunter bleiben nicht mehr. Ach so. So, hier muss ich bleiben. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Ach so. Na. Äh, was machen wir denn da unten? Ja. Oh, oh, okay. Das ist ja, ich bin. Danke. Wie ist das so traurig hier? So was war ein 8er anruf? Nee. Ach doch, beide Dach. Okay. So, wie mach ich jetzt fertig? Gibt's hier noch was? Nee, nicht okay. Ich schieß doch da nicht irgendwie drauf! Oh! Alter! Ah, ich kann auch das wenig. Oh Mann, eh, das ist ja ein Trommerspiel hier. Ich steh doch direkt vor dem... ... 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 Gut, tun wir noch ein bisschen Moni und dann war's das hier. Fliquus gibt's hier wahrscheinlich sowieso keine. Da muss ja die ganze Welt nochmal durchlaufen, um da oben ranzukommen. Kein Taurspiel. Hier. Da kommt. Hey, 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 das waren wir wieder in der Web der dritten Generation. Schon wieder mehr verloren als andere. Ach, na dann, schon mit V.